There he is, the Electron Oh, Rammstein-Fan In his caravan, it's the Future Man Sehr spannend, die Rennen auch Nicht nur Blünderasshöhle Also, Start Es gibt vier Rennen, die anderen zwei sind bei den Schlachthäusern Rennen zwei und drei sind hier, äh eins und zwei sind hier, meine ich Oh, Moment, ich muss gar nicht zu den Rennen Aber um diese eine Periode zu bekommen, die ich gerade im Sinn hatte, brauche ich dieses Teil von dem Mama Ghost Ah, hier, 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 scheiße Hier durch Aber hier kommen wir zu den Rennen Okay Halt's den Maul Wir sind überhaupt nicht bereit für das dritte Rennen, wir kommen noch gar nicht zum dritten Rennen Ja, 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 ja Schwachen und die Wehleidigen Haben noch drei Sekunden, um zu ihrem Streckzeug zurückzukehren Ja Pff, das dauert jetzt noch sehr lange, bis er den Countdown endlich mal aktiviert Die Musik finde ich nicht schlecht beim Rennen Na, komm mal Na, wird's bald Drei, zwei, eins Los Warte, da, da, da Wenn man die anschließt, das bringt ein bisschen was Komm, los Was soll denn das? Achso, ich muss die Leertaste halten Bam, bam, bam Okay, mein Freund, okay, ich kriege dich, okay, ich kriege dich doch Wieso muss man die Leertaste gedrückt halten? So ein Gelaber Zweite Runde für die kleine Anfängerin HDF Naja, ist doch ein bisschen praktischer Wenn du die Leertaste kurz los wirst Ein bisschen besser um in die Kurve zu kommen Haha, gleich überrundet Und das für die kleine Anfängerin Haha, okay, doch ein bisschen besser so Wuiyoh Was für ein Loser? Du hast rechtliche Anfängerin Haha, Double H ist echt cool Verpiss dich Und Win Unglaublich, die kleine Anfängerin Sauber Okay Perle Wenn wir schon mal hier sind Können wir gleich das zweite Rennen auch noch machen Sonst muss ich aber hier zurücklatschen Wenn ich irgendwann noch eine Perle brauche Achja, und tausend Einheiten Preisgeld Fan 2 Auf geht's, Leute, auf geht's Die Alten, die Schwachen und die Weltleidigen Haben noch drei Sekunden Net wenn und um zu ihrem Strickfeucht zurückzukehren Der Witz ist sowas von alt Jetzt schon Und ich hab das zweite Mal gehört Na komm Waaah Eins Und los Boah, verpiss dich Waaah Ey du blöder Spaß Okay. Das war gemein. Die Musik meine ich eigentlich. Ich kann auch gemein sein. Okay. Zieh dich! Haha, danke! Juhu! Eine kleine Abkürzung. Haben wir einen Platz gesichert! Peders! Äh, ja. Was ich gerade schon mal gesagt? Stirb, 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 stirb! Oh, ich bin so ein schicke Künstler! Juhu! Sauber, los! Ein Hovercraft, das auf dem Land fährt. Naja, okay. Ist eigentlich der Sinnzweck eines Hovercrafts, auf dem Land und auf dem Wasser zu fahren. Zweiter! Komm, das war jetzt der Letzte. Erster! Der Führung besteht! Juhu! Kleine Anfänger! Das packe ich, das packe ich! Scheiß auf Need for Speed! Jetzt kann mich nichts mehr raufhalten! Außer vielleicht der Ziege, die sich mir in den Weg stellt. Mäh! Scheiße! Mach nicht Siege mehr! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Ach, halt's mal! Wir schaffen es! Was für Loser! Was für Schrecklinge, Mystic! Juhu! Juhu! 5000 kmh ins Ziel! Okay. Haha! Nicht das Amateure, Mystic! Blutige Amateure! Haha! Okay! Wir suchen uns eine Speichestation! Am besten gleich bei Mamagos! Und dann sind wir für heute fertig! Na's gern! Okay! Ah, jetzt muss ich heute noch hochladen! Ja, das mach ich schon! Ja, 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 ja! Ich weiß! Alter, da, da, nicht schwarze Insel! Nein! Basiswillig! Halt's Maul! Ich hab auf dich gezielt! Okay! Hillies! Da ist die Mamago-Werkstatt! Ha! Ich hab's so gewusst! Ich hab euch gekriegt! Tschuldigung! Pfff! Pfff! Ich überweise eine Perle, Jade! Und ich werde den Film neu laden! Das war jetzt wie ein richtig schöner Headshot! Ah, ja! Ihr Loser! Ich hab's so gewusst, dass die jetzt kommen! Zu Mamagos kommen sie immer zurück! Ist klar, weil ihr die einzige Werkstatt hier seid! Der Beluga! Okay! Ach so! Beluga-Checkup! Ja, genau! Der lesen wir uns auch noch durch! Der Beluga! Grundüberholungs-Checkup! Tiefe Stabilisator! Okay! Orkto-Verbrennung! Okay! Flugstabilisatoren fehlen! Muss den installieren, den ich bereits besorgt habe! Und daran denken, mir den anderen von den Halunken in der Mamago-Werkstatt zu holen! Ach ja, die gibt's ja auch hier! Genau! Auto-Leistungs-System zum Hovercraft! Okay! Hyper-Treibstoff-Austausch- Was? Austausch-System! Okay! Parallelismus- Okay, das hab ich auch nicht gehört! Parallelismus-Düse! Okay! Sternantrieb! Fehlt! Nur für Raumflug benötigt! Muss einen bei den Mamago-Betrügern kaufen! Die Mamago-Betrüger, das ist gut! Okay! Sonst noch was? No! Okay! Speichern! Okay, Leute! Dann... Ja! Das war's für heute! Gute Nacht, Leute! Und viel Spaß morgen in der Schule oder auf der Arbeit! Je nachdem! Bis dann, Leute! Man sieht sich! The game must go on!